Wir unterstützen das Projekt Du hast die Macht, weil es wichtig für uns ist, mitzuwirken in allen Projekten, im Jugendbereich viel zu machen, damit die Jugendlichen auf einem guten Weg sind. Wenn man sich nicht bemüht und an Sachen glaubt, die man verwirklichen will und daran arbeitet, kann man nichts erreichen. Deswegen ist es wichtig, dass man was dafür tut und dann zum Beispiel auch sich für Politik zu entscheiden. Viele haben keine Träume mehr und lassen sich immer in diesen negativen Vibes runterziehen und denken immer, alles ist scheiße. Wir haben immer unsere Träume und haben immer daran geglaubt, dass wir es auch erreichen. Es ist wichtig, dass jeder seine Träume und Ziele hat und wirklich daran glaubt und daran arbeitet. Ich weiß, wenn ich Bundeskanzler für einen Tag wäre, würde ich glaube ich was in der Bildungspolitik machen oder im Kulturbereich, weil ich denke, dass das wirklich der beste Weg ist, um wirklich was fürs Volk zu tun, weil wir bei den Jugendlichen sehen, dass man somit am besten die Jugendlichen erreichen kann und damit die auch auf den richtigen Weg bringen kann, damit sie was für ihre Zukunft machen. Das sind die Flanksters und du... 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 Du hast die Macht.